Crossfit, Bodybuilding, funktionelles Training, Millfit, hybrides Training, Conjugate Method und jetzt kommt der Mike daher mit seinem Konzept operative Athletik. Ist das wirklich nötig oder deckt nicht schon irgendeiner von den anderen Begriffen das Konzept ab? In diesem Video werde ich euch erklären, was operative Athletik beinhaltet und warum es nicht nur für Einsatzkräfte sinnvoll ist, nach dem System zu trainieren, sondern für jeden, der sich in herausfordernden Situationen auf seine körperliche Leistungsfähigkeit verlassen können will. Athletik bezieht sich auf die körperliche Fähigkeit, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Flexibilität, Koordination und andere physische Attribute zu demonstrieren, oft im Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten oder Wettkämpfen. Es umfasst das Training und die Entwicklung dieser Fähigkeiten, um die Leistungsfähigkeit und Effizienz des Körpers zu verbessern. Operativ bezieht sich auf Handlungen, Verfahren oder Tätigkeiten, die unmittelbar mit der praktischen Umsetzung von Plänen, Strategien oder Richtlinien verbunden sind. Im militärischen Zusammenhang kann operativ sich auf Einsätze und direkte Anwendungen vor Ort beziehen. Der Zusatz operativ modifiziert den Begriff der Athletik jetzt unter anderem dahingehend, dass es sich eben explizit nicht mehr um ein Training für Wettkämpfe oder sportliche Aktivitäten handelt und damit die Vorhersagbarkeit der Umgebungsfaktoren, wie zum Beispiel Zeit, Ort, Wetter, Bodenbeschaffenheit, Gegner und so weiter und eben die Begrenzung durch Regeln wegfällt. Es geht bei der operativen Athletik also darum, die körperliche Leistungsfähigkeit auf eine Art und Weise zu trainieren, dass sie auch in kritischen Lagen und in unkontrollierter Umgebung umsetzbar ist. Der militärisch anmutende Begriff operative Athletik wurde extra so gewählt, um die Abgrenzung vom funktionellen Training deutlich zu machen. Operative Athletik ist funktionelles Training, aber funktionelles Training ist nicht unbedingt operative Athletik. Der Unterschied liegt dabei auf dem Anwendungsgebiet. Funktionelles Training kann jede Art von Training sein, die für ein bestimmtes Anwendungsgebiet, wie zum Beispiel einen Wettkampfsport, deine Leistungsfähigkeit verbessert. Die operative Athletik befasst sich spezifisch mit dem Anwendungsgebiet des realen Lebens. Denn nicht nur Einsatzkräfte können in kritische Situationen geraten. Jeder einzelne von uns kann jederzeit in eine Lage kommen, in der seine Fitness auch anwendbar sein muss. Man braucht sich nur vorstellen, dass man als Verkehrsteilnehmer als erster an einen Verkehrsunfall kommt und dort einen schwer verletzten, 120 Kilo schweren Mann aus der Gefahrenzone bergen muss. Aber kommen wir nun zu der Frage, die alle interessiert, wie optimiere ich jetzt meine operative Leistungsfähigkeit? Eine gute Übersicht findet man in dem Artikel What is Fitness aus dem CrossFit Journal. Ich habe das unten auch in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr den kompletten Artikel auf Englisch nachlesen. In dem Artikel wird Fitness in drei große Bereiche unterteilt. Der erste Bereich beinhaltet zehn allgemeine körperliche Eigenschaften. Wir haben da zum Beispiel die kardiovaskuläre oder Herz-Kreislauf-Ausdauer. Das ist die Fähigkeit des Körpers Sauerstoff bereitzustellen. Dann haben wir die muskuläre Ausdauer, das ist die Fähigkeit des Körpers Energie bereitzustellen. Als drittes die Kraft, die Fähigkeit eines Muskels maximale Kraft zu übertragen. Flexibilität ist die maximale Bewegungsreichweite eines Gelenks. Nummer fünf wäre die Explosivität, das ist die Fähigkeit eines Muskels maximale Kraft in minimaler Zeit zu übertragen. Dann Geschwindigkeit, das ist die Fähigkeit die Wiederholungsrate einer Bewegung zu minimieren. Nummer sieben wäre die Koordination, sprich die Fähigkeit verschiedene Bewegungsmuster in einer Gesamtbewegung zu kombinieren. Punkt acht wäre die Geschicklichkeit, das ist das Minimieren der Übergangszeit von einem Bewegungsmuster in ein anderes. Nummer neun ist Balance, also die Kontrolle der Position deines Körperschwerpunktes im Verhältnis zu deiner Basis. Und schließlich Punkt zehn die Präzision, das ist die Fähigkeit eine Bewegung in einer vorgegebenen Stärke oder Richtung zu kontrollieren. Im zweiten Bereich geht es um die Fähigkeit, auch in unvorhersehbaren, nicht planbaren Situationen, bei widrigen Umwelteinflüssen und gegnerischem Widerstand, jede erdenkliche Art von Aufgabe gut zu bewältigen. Im Training bedeutet das für den Athleten, sich von festen Vorstellungen über bestimmte Sätze, Wiederholungszahlen, Übungen, Übungsvolumen, Ruhezeiten und so weiter zu verabschieden. Die Natur stellt häufig weitgehend unvorhersehbare Herausforderungen bereit. Und das erfordert die Trainingsreize möglichst breit zu streuen und ständig abwechslungsreich zu gestalten. Es wird viel Wert auf die Integration von komplexen Bewegungsmustern gelegt, sowohl um verletzungsresistenter zu werden, als auch um die Befähigung zu erlangen, sich in einer chaotischen Umgebung effektiv und effizient fortzubewegen. Im dritten Bereich geht es um die Stoffwechselwege, über die Energie bereitgestellt wird. Es gibt drei Stoffwechselsysteme, welche die Energie für alle menschlichen Aktivitäten bereitstellen. Diese metabolischen Motoren werden als der Phosphagen- oder Phosphokreatinweg, der glykolytische oder Laktatweg und der oxidative oder Arobeweg bezeichnet. Der erste, der Phosphagenweg, dominiert die höchstenergetischen Aktivitäten, die weniger als circa 10 Sekunden dauern. Der zweite Weg, der glykolytische Weg, dominiert mäßig energieintensive Aktivitäten, die bis zu mehreren Minuten dauern. Und der dritte Weg, der oxidative Weg, dominiert Aktivitäten mit geringer Energieintensität, die länger als mehrere Minuten dauern. Operative Athletik erfordert Kompetenz und Training in jedem dieser drei Wege der Energiebereitstellung. Das bevorzugen eines oder zweier Wege auf Kosten der anderen und das nicht erkennen der Auswirkung eines übermäßigen Trainings im oxidativen Weg sind wahrscheinlich die beiden häufigsten Fehler im Fitnesstraining. Sollte diese kurze Einführung in das System der operativen Athletik dein Interesse geweckt haben und du würdest gern mehr darüber erfahren, kannst du dich gern mit mir in Verbindung setzen. Die entsprechenden Links findest du alle unten in der Videobeschreibung bzw. die poppen hier irgendwo auf. Instagram, Twitch, meine Homepage und ganz besonders der YouTube-Kanal, auf dem du jede Menge andere Videos findest, die sich mit Fitness, mit Medizin, mit dem Weg des Kriegers generell und allen möglichen anderen interessanten Themen befassen. Schau da ruhig mal rein, kannst gerne auch gleich den Kanal abonnieren und mir ein Like da lassen. So, soviel jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video oder ihr lest den nächsten Artikel im Low Ready Magazine und dann freue ich mich, von euch zu hören. Bis dahin, passt auf euch auf, euer Mike. Bis dann, passt auf euch auf. Bis dann, passt auf euch auf. Vielen Dank.